Jetzt nochmal, vielleicht das letzte Mal, aber es tut mir nochmal leid für die Folgen, wo es so mega laut war. So, Kimlequests ist leider auch nichts. Doch, hoffen. Zwei Leute, Mara-Piraten. Ja, leider haben wir es jetzt schon... Wenn da jetzt acht Leute oder so drin wären... Dann. So. Hier sieht man die Freundesliste. Ja, wir sind schon drei Leute. Wir sind schon drei Leute. Oh, da haben wir was Nettes bekommen. Zu schnell geklickt. Und ein... Hier, hier sieht man das. Belegte Plätze. Genau. Fünf... Äh, drei aus fünf kommen. Gar nicht mal so schlecht. Vier Prozent kritische Treffer. Oh Gott. Was war das denn? Tut mir leid dafür. Ich glaube, ich bin immer noch leicht krank. So, kann weitergehen. Die freien Plätze hier sieht man ja. Freie und belegte Plätze. Die belegten Plätze ist natürlich Quatsch. Das stimmt gar nicht. Da sind keine zwei Plätze. Äh, das geht dann beides auf null, denke ich mal runter. Freie Plätze. Die werden wir brauchen, um da diese Runen festzumachen. Diese Runen festzumachen. Vielleicht werden wir das auch mal machen. Zum Beispiel so einen, da gibt's einen... Aber erst mal mit hier fünf Steinen oder die fünf Runen, viel mehr. Äh, dass wir das dann so machen, dass wir einen da drauf machen und den benutzen wir dann dafür, dass wir... Äh, zum Beispiel zehn Prozent oder fünfzig Prozent oder dreißig Prozent oder dreißig Prozent oder dreißig Prozent, ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist. Äh, HP wiederherzustellen. Fünf Prozent HP oder so. Pro Schlag. Je nachdem, wie viel... Ob man jetzt, äh... Ob das jetzt ein gelungener Schlag war oder nicht. Wäre schon interessant, ja. Die kleinen Echsen, die werden wir auch noch kennenlernen. Da gibt's auch noch ätzende Quests mit denen. Ja. Wie man hier sieht, beschworenes Monster, gewöhnliches Monster. Ne, wir zwanzig sind die. Genauso wie wir. Also sollten die keine Probleme darstellen. Oh, jetzt hat uns so eine Portion angegriffen. Das sind diese komischen Pflanzen, die die Blumen kaputt machen. Die sehen so aus wie fleischfassende Pflanzen. Also finde ich, jetzt nicht wirklich, aber die sind so drauf, irgendwie. So, nehmen wir den mal. Da haben wir die Platzhefe. Können wir mal um die Schleibiner. Urinierter Garten, Gartenarbeit 1, ja. Wir haben jetzt schon ganze, satte 86%. Vielleicht schaut mal noch ein Level ab. Unser Level 21. Ja, es geht ganz gut voran, würde ich mal sagen. Jetzt sind sie so mega gut, aber, ja. Wenn das jetzt auch so ist, wenn wir alle Quests machen, dann steigen wir sowieso wieder ein Level. Also, ja, auf der Unterschub, das ist jetzt 22. Das Blöde ist nur, dass man jetzt begrenzt die Quests annehmen kann. Zurückgeschlagen der Jäger. Ja, da werden die Jäger quasi zurückgeschlagen. Da gibt es auch einen Skill vom Joker oder auch vom Monster-Fähigkeiten. Da wird man so zurückgeschlagen. Cool, er zurück. Das hatten wir doch in der Mine-Quest. Versteckte Mine. Da wurden wir auch zurückgeschleudert. Ne, das war... oder was war das? Ups, schluck auf. Entschuldigung. Ups, jetzt haue ich die schon wieder aus Routine. Weil ich gerade nicht so wirklich nachdenke. Und ab und zu schon wieder auf die Uhr schauen muss, leider. Ja. Naja, 17 Minuten. Halten wir noch durch. So, vielleicht Stickin und Pist. Ne, leider nicht. Schade, sehr, sehr schade. Also, wie gesagt, das müssen wir ja auch nicht machen. Sind diese ganzen Runen, die kann man im Moment noch nicht gebrauchen, weil das sind auch nicht die guten. Das sind so spezielle Runen, die auf spezielle Monster-Arten. Beispiel beschworenes Monster. Dass man da dann eben mehr Schaden macht. Oder kettische Treffer oder alles sowas gibt es da halt. Weil wir werden dann solche nehmen, wo wir dann HP und SP eventuell, wenn das geht mit SP. wiederbekommen. Und zwar, unserer eigenen Verteidigung. Und vielleicht auch höherer Schaden. Egal an welchem Monster. Ja, ist schon alles ein bisschen teuer. Und ja. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe kein Geld, aber... Ich will jetzt nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ja, und ich laufe schon wieder weg. Mensch, Schlochse, was mache ich denn hier? Ja, Prozonen, wo seid ihr? Da seid ihr ja. Und das eine. Die uns jetzt vergiftet hat. Wir seht ihr hier. Iodischer Schaden. Vergiftet. 4 Minuten. 24 Schaden. Oder wie viel? 17 Schaden. Können wir das wegmachen? Ja, können wir zum Glück wegmachen. Zum Glück, sonst würden wir ja elendig an einen giftigen Tod sterben. So, die Prozonen. Wo seid ihr denn, diese Prozonen? Hier unten lungern nämlich auch noch welche rum. Ist auch schön, viel von der Map zu zeigen. Ich werde auch noch später viel von den ganzen Maps zeigen. Ich versuche mal, alles überall gewesen zu sein mit euch zusammen. Dass wir zusammen überall gewesen sind halt. So welche Sachen machen wir dann auch. Ja, und dann machen wir vielleicht mal eine... Ja, wie nennt sich das jetzt nochmal? Vielleicht ist es nicht ganz genau, wie sich das nennt. Äh, ich will mich jetzt nicht planieren, dass ich fertig sage. Wir machen dann mal eine Reihe, sag ich jetzt mal so. Mit Folgen. Ich stelle mich nicht bei meiner Arbeit hin. Was machst du denn gerade? Der in den Fried. So. Da war zwei Prozonen. Muss uns beeilen und nicht, dass dieser Krieger hier... ...und ist die weggeschnappt. Das wäre sehr, sehr, sehr unangenehm. Wenn wir uns hier nur Wuppe einladen, machen wir es einfach mal. Weil sonst würde er hier uns die Mobs... ...währen wir hier wegnehmen. Nicht wegnehmen, aber dann wäre halt schneller. Vor allem, weil Krieger ja mehr Schaden machen, ab wie er es jetzt... 19 macht nicht so viel Schaden, wie wir, denke ich mal. Aber, ja, man sollte das nicht unterschätzen. Das ist die nächste Prozone. Dann haben wir nur noch drei Porns. Die Gapagat kann ganz schön nerven. Der gute Mann hier, der gute Krieger. Die Gapagat kann ganz schön nerven. Ja, du brauchst die nicht. Ah, ja. So. Hier mal bei uns. Oh, wie schön ist dein Blümchen hier. Mami, ich hab hier viel mitgebracht, können wir dann sagen. Habt ihr, was habt ihr dann zu eurer Eltern zum Montagtag geschickt oder geschickt? Ich, also ich muss das schicken, weil ich ja nicht mehr zu Hause wohne. Also nicht mehr zu Hause, zu Hause, sondern ja, woanders halt. 94%. So, äh, eine Prozone haben wir da schon wieder. Ich denke mal, diese Aufnahme werden wir noch kommen, äh, werden wir noch schaffen, Bewerb zu bekommen. Wir haben ja noch 13 Minuten. So, ähm, ja, genau, äh, schreibt mich am besten immer an, wenn ihr irgendwelche Fragen oder so habt. Ich kann nichts immer, nicht immer sagen, weil ich irgendwie, denn eigentlich ist das sehr verschieden. Je nachdem, wie man Zeit hat, ist das ein bisschen doof, wenn man dann wirklich tätig ist. Morgen werde ich eventuell ein bisschen noch aufnehmen können. Eventuell aber nur. Aber eher so, äh, die frühe Zeit, so um eins, vielleicht um zwölf sogar. Mal gucken. Da fragt uns ein guter Mann, der gute Mann, Donnerfusse, ob wir ein LP machen. Natürlich antworten wir auch, wenn es jetzt ein bisschen, äh, an die Zeit geht, sag ich jetzt mal so. Wir suchen ja erstmal eine Portion und dann antworten wir. So, ach, da ist ja einer. So. 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 So, ja, tut mir leid, wenn ich jetzt, äh, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, und er hat nämlich gefragt, ich, ähm, machst du gerade einen LP oder andersrum gefragt, machst du LPs, Fragezeichen, ja, auf YouTube, YouTube, wie mehr, äh, der Kanalname ist ShaggyLP, ja, dann können wir mal ein bisschen Werbung machen, Positionen müssen auch noch kloppen, oder, nein, müssen wir nicht mehr, 10 Finos und schnelle Shadys, Ja, gut, ja, äh, ich mache YouTube-Videos, äh, wollen wir dem jungen Mann da mal helfen, oder ist einfach nur auf Aufflug, der ist einfach nur auf Aufflug, weil er schafft das, er schafft das schon, dann brauchen wir ihm nicht helfen, ja, so, sammeln wir mal Blumen für Mami, für Mutti, oder für Omi, oder vielleicht sogar für die Freundin, virtuell natürlich, oh, nix, beim Boomsuchen versagt, 10 Minuten haben wir noch, ja, das nervt immer mit ein bisschen mit der Zeit, dass ich das sage, Also, kein Platz mehr im Winter, hm, das nehme ich, ein Xeer, Segen Xeer 1, genau, so, hm, Ist ja wirklich alles troppenvoll, ja, dann können wir das wohl nicht mitnehmen, tut mir leid, Mami, ich hab dir, bring dir nächstes Mal was mit, Sag ich einfach mal, Nein, natürlich nicht, habt ihr, genau, ihr habt ja bestimmt alle eure Mütter was zum Muttertag geschenkt, wenn nicht, ähm, hab ich eine Zeit lang auch nicht, Ja, ich hab was geschenkt, äh, Mutter und Vater tagt zusammen, äh, so, Schokolade, Pralinen, falls ihr das überhaupt wissen wollt, Und, äh, mein Vater trinkt ja Alkohol, wie man das halt bei Männern kennt, viele trinken Alkohol, ja, hm, Ist jetzt nicht so mein Ding, ich trinke eigentlich gar nicht, ein bisschen eventuell, ist auch egal, hm, Ja, so eine Bierflasche aus Schokolade, ist sehr lustig,